Jey! Hallo zusammen. Neue Frisur am Start. Hatte ich ja irgendwann mal schon mal in einem Livestream erwähnt und jetzt ist es soweit. Schaut euch mal an, wie viel da runter kommt. Das ist dermaßen gewachsen. Hammer! Wie viel Millimeter machen wir? Drei. Drei Millimeter. Cool. So, die letzten Feinarbeiten sind hier gerade im Gange. Entspannte drei Millimeter. Ich würde mal sagen, schön luftig, wa? 30 Grad, ihr könnt kommen. Noch ein bisschen Glow-Drying. So, hier ist das Ergebnis von meinem Friseurbesuch. Schön sommerlich kurz und knackig. Die Hitzewelle kann gerne durchstarten in Deutschland. Mir ist das jetzt egal. Tja, und ansonsten sehen wir uns heute Abend liebend gern wieder in meinem Livestream mit Vampire. Also, eventuell, man sieht sich. Ciao!